Du hast nicht genug Anlauf. Dann wenigstens muss ich nicht wieder den ganzen Weg zurück. Wenigstens das haben sie mehr. So. Nimm die Kürze hier ab. So. Nehmt mal. Erstmal. Erstmal trägig machen. So. Jetzt wollen wir da runter. GTS Call ja gut haben, reicht leider nicht aus. Ja. So. Dann werde ich erstmal wieder zurück. E.T. hat leider auch seine Telefonkarte vergessen. Alles ganz furchtbar. Der Prepaid E.T. Ja. Ja. So Geschwindigkeit wollten wir. Quasi pretty. Pretty ja. So und das wollten wir nach da oben schmeißen. Schau's ein. Gib mir Dreck. Danke. Gib mir Dreck. Ich fühle mich schon wie 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 Ding. Wie Johnny Depp. Ich hab ein Glas von Dreck. Und rat mal was da drin ist. Ja. Du hast halt ne Röhre voll Gel. So. E.T. hat kein Roaming auf der Erde. Das sowieso nicht. Da zahlt er sich dumm und dämlich. So. Dann wollten wir nach da. Aber da komm ich nicht. Doch komm ich. Also aber jetzt. Aber jetzt. Nee. Habe ich den Stein drauf gestellt? Ja. Mitch Muggers. Wiiiiiii. Reicht nicht. Okay. Okay. Jetzt bin ich überrascht. Okay. Ich hab noch ne Idee. Okay. Einen hab ich noch. 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 So. Steinchen, Steinchen in der Hand. Das ist ja alles interessant. Soll das vielleicht ein quicksafe machen? Nix gibt's. Ja ich weile bloß damit du das nicht die ganze Zeit wiederholen musst. Doch. Bis zur Unendlichkeit und noch viel breiter. Richtig. So. Ich möchte jetzt wahrscheinlich das hier. Nein. Das. Hallo. Ich will das. Und das schieße ich jetzt nach da oben. Du hast nicht getroffen. Ich hab gesehen das ich nicht getroffen habe. Das schieße ich jetzt da hin. Gib mir blauen Dreck. So. Jetzt hab ich blauen Dreck. So. Und jetzt. Geh ich wieder dahin. Und jetzt. In meine. Unbaumherzigkeit die ich habe. Hüpfe ich jetzt da. Aha. Bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt. Ihr müsst uns nur erlauben euch auseinander zu nehmen. Wir pushen hier nicht auf. Wir wissen wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundum Erneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem haben wir alle Turmoren. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Aus irgendeinem Grund glaube ich dem nicht. Glaubt ihr nur so weit wie ich. Doch die wissen das. Glaubt ihr nur so weit wie ich ihn werfen kann. Und da ich ihn nicht sehe. Kann ich ihn nicht werfen. Naja er ist glaube ich seit mehr als 100 Jahren tot. Ist das jetzt mein Problem? Der hätte sich ja mal einfrieren lassen können. Mit mir wurde das ja auch gemacht. Das stimmt. Das stimmt. Gutes Argument. Kann man nichts gegen sagen. Ich muss ganz kurz hier mal erwischen. Nervennahrung. Ne. Es hat dich nur ein kleiner Fleck Orange gefehlt. So. Langsam sieht es wieder moderner aus. Hm? Umso weiter hoch ich komme umso moderner sieht es wieder aus. Ja ja klar. Weil ganz unten waren halt die Ruinen des alten. Und das wurde nach oben hin neu aufgebaut. ast ist ja egal. Es hat ersonderes. Teintäß... Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgeld zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nennt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verschaffen. Warum findest du das Zeug widerlich? Die Leute wollen sich ein ungeahntes Vermögen, aber er geht nicht gleich alles aus für... Caroline, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Bartläuse? Hat er wirklich Bartläuse gesagt? Ist möglich. Hab so ein Problem. Will gern da rüber. Hab aber nichts, wo ich hinschießen kann. Und da vorne ist so ein Ding, das mir das Portal weg macht. Macht das jetzt gerade nicht einfach, weil ich hab gedacht, ich hab hier doch eine ganze Wand mit dem Zeug. Du musst doch irgendeinen Grund haben. Alles hat einen Grund. Aber ich kann die jängst hinschießen. Hier ist nix. Ist da was unter mir? Was ich nicht sehe. Hä? Warum blicke ich das gerade nicht? Das funktioniert so nicht. Ich will da aber rüber. Das bringt mir ja nix da hoch. Auch wenn ich da oben was finden würde, komme ich ja nicht hin. Ne, dann laufen wir halt durch. Hat mir ja nix anderes übrig. Ja, und jetzt ist zu. Richtig. Gelitten. Kann ich da halt nicht hin. Hu, Hu, Hutz. Papa Bär. Grüß dich. Moin Moin. Professor Papa Bär. Also da kann ich da aufschießen. Und der Geruch von den Pomelos ist so penetrant. Ne. Also die hier riecht gar nicht. So, jetzt habe ich das hier. Oh, dann kann ich hier auf den Dingern laufen. Okay, verstehe. Hm. So. Aha! Ich bin da, wo ich vorhin hin wollte. Mach mir hier eine. Ja, super. Ah, gut. Dazu mache ich noch was. Wollte das sagen. Oh, eine weitere Tür. Sag mir jetzt nicht, sie ist Carolyn. Erinnerst du dich noch, was der, was der Dings gesagt hat? Die, die Kanone? Die Kanone? Was du dir merken solltest? Dass ich, Carol, nee. Oh, ich habe es vergessen. Das ist schon wieder eine Woche her, keine Ahnung. Sehr schlecht, sehr schlecht. Weißt du es noch? Ich weiß es noch. Du weißt es noch? Ich weiß es noch. Sie hat gesagt, ich bin anders, aber... Ja, das auch. Das hat sie auch gesagt, aber das war nicht der Teil, den ihr merken solltest. Ja, sie hieß Carolyn. Kanone hieß Carolyn. Das weiß ich. Das hat sie gesagt, richtig. Aber warum? I am Carolyn, remember that. Aber was hilft mir das gerade? Gerade hilft es dir gar nichts. Warte mal, halt. Guck mal an der Tür bitte, ob da wieder so ein Knopf ist. Nee, ist nicht. Okay. Aber das ist viel lustiger finde ich gerade, dass ich eigentlich da unten durchgehen konnte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht erstmal da hoch will. Um zu gucken, was hier ist. Hier ist eine Tür, aber die bringt mir nichts. Ach nö, schräg. Leute, ich spring wieder gleich. Okay, wohin springe ich? Auf was springe ich? Zum Guck... Guck dich mal um, wo du hinspringen könntest. Ja, da rüber. Da. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Jetzt musst du bloß noch finden, wie. Ja, das ist ja die eine Million Euro Frage. Hä? Okay, ich muss erstmal nochmal zurück. Wo war jetzt mein Orangenospotter? Verdammt, wo war mein Orangenospotter? Wo komme ich hin, wenn ich hier reinspringe? Ach genau. Ich will mich da unten erstmal umgucken. Was habe ich denn hier, Schönes? Okay. Dann ist die Tür halt wieder zu. Passe das, wenn man sich umgucken will und dann gleich nicht mehr weg kann. Okay. Ja, das ist gemein. Hier habe ich ganz viele Wände, die ich nutzen kann. Und, äh... Hebel, blau... Oh, ich habe ein neues Gel. Pressure Gel. Lad einfach wieder alle ein. Stand auf dem weißen Gel was? Pressure Gel. Ne, Pressure Control. Da steht nichts, was es ist. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das war... Äh... Äh... Durchlaufend, ganz schlechte Idee. Ich halte mal nach da unten. Äh. So, was macht das weiße Gel? Ach, bis jetzt gar nichts. Kann nicht an der Wand entlanglaufen dadurch. Ich weiß nicht, was es tut. Du glaubst, du weißt nicht, was es tut, aber eigentlich, weißt du, was es tut. Weiß, was es tut? Weiß nicht, was tut es denn? Und warum kommt davon nichts mehr? Weil das da schon reicht. Überleg dir mal, ähm... Was das Gel tun könnte. Kannst du deine Wirkung jetzt schon ausnutzen? Hä? 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 Was tut es? Ich verstehe es nicht. Aber du hast sie denn in der Wirkung sogar schon ausgenutzt. Oh, ich kann damit Portale einfach drauf schießen. Genau. Das weiße Gel erzeugt Portalflächen. Okay. Ja, aber... Es muss halt genug Platz sein. Was hilft mir das? Jetzt kannst du auch auf Flächen, auf denen keine Portale sind, wenn du das Gel drauf machst, Portale erzeugen. Ja, aber dafür brauche ich auch erstmal eine Quelle, wo Gel ist. Jetzt gerade brauchst du sie noch nicht. Okay. Es ist ein bisschen tricky hier. Ich kriege schon wieder Wände. Da kann ich immer nichts schießen. Komm, du warst nicht raus. Hä? Hä? Du musst jetzt erstmal zusehen, dass du woanders hinkommst, wo du jetzt noch nicht hinkommst. Richte mal deinen Blick nach oben und guck ich mal ein bisschen. Ja, ja, das will ich ja machen gerade. Das ist orange. Da hoch will ich, aber wie komme ich da hoch? Guck mal, wo das Weiß überall hingespritzt ist. Also, guck mal in dem Bereich. Okay. 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 Ja, und damit springe ich dann da rüber. Okay. Okay. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Hier kann ich Geschwindigkeit aufnehmen, um da durchzukommen. So, bin ich hier drin. Ah, euer Raum. Ach, Vogel, tötet das Misty. Hä? Wer ist der? Gut, für ihn. Also weiter denken. Okay. Okay.